Einfach mal schütteln, das Licht anmachen und dann geht es auch schon los. Vorsicht, nicht erschrecken, es ist ein Mobile Game, aber da kann man auch ganz einfach den Controller reinschrecken. Jetzt wird das Spiel Hellrider unter die Dupe genommen. Und dann startet es auch schon und dann geht es auch schon los. I can't feel you there, become so. Una pasion tan fuerte. I can't feel you there. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zermatscht von dem Endgegner. Aber anscheinend ist das Level jetzt erstmal vorbei. Das muss das Telefon sein. Ich gehe mal dran. Hallo? Okay, darüber. Du musst zum Problem empfehlen, um den Bösewicht zu besiehen. Und zwar schließt die Händel in die Händel auf. Entschuldige Leute, das ist ein Knobler und berufst du ihn mit sehr dringendem Besiegel. Okay. Die Scheune ist vergammelt. Die Tiere sehen eklig aus. Aber dafür können wir jetzt gleich scheuen, Willi, finden. Hier ist eine Tür. Da müsste er direkt hinter stehen. Moment mal, sie öffnet sich ja schon. Das ist ein Knobler und schließt die Händel für das Spiel. Das ist eine Tür. Die Spiele muss man, die Seite ist nicht verletzend. Es ist ein Knobler- Ich bin gelandet!